Hallöche Leute, willkommen bei Partido Gaming. Zurück zu Rio 2016, olympische Spiele. Weiter geht's heute mit Basketball. Und wir wollen wie immer schauen, wie viel Goldmittein schaffen wir in einem Part. Und jetzt ist das allererste Mal, dass ich Basketball spiele. Ich bin dann sehr gespannt, was abgeht und wie schnell das Spiel ist. Okay, Ball in den Korb werfen. Ne, das kriegen wir auch hin, oder was? Wo ist denn der Ball? Achso, den hab ich. Wow, okay. Oh, cool. Schaut euch das an. Wenn man hier... Oh, cool. Okay, wenn man hier in einen gewissen Rhythmus kommt, dann kann man die ziemlich leicht abziehen. Wow. 17 zu 10 haben wir ihn abgezogen. Wow. Okay. Komm, gib mir mehr Bälle, gib mir mehr Bälle. Bälle, ich brauch Bälle. Komm schon. Gib mir mehr Bälle. Die Bälle kommen zu langsam zurück. Schnell, schnell, schnell. 3 und 4 und 3 ist sich zu 21. Okay, easy, oder was? Schneller, schneller. Ich brauch Bälle. Gib mir Bälle. Jawohl, jetzt sind wir im Flow, Leute. Jetzt sind wir richtig im Flow. Und die Leiste fühlt sich natürlich wunderbar schnell in diesem Spiel. Richtig cool. 51, 35 und Finale. Letztes Viertel. Beautiful Play. Okay, das Spiel macht auf jeden Fall Bock. Das ist schön kurzweilig und schnelllebig. Oh, daneben gegriffen. Das macht Bock. Oh, der Korb wandert. Sehe ich gerade. Der Korb bewegt sich. Okay, aber den haben wir richtig lang gemacht, oder? 65 zu 48, also. So, Finale. Gegen, was ist das? Israel? Nee. Keine Ahnung. Los geht's. Korb ist leicht in Bewegung. Oh. Oh Gott, er ist eingetroffen. Okay, wir müssen in den Flow kommen. Auf den Flow, Leute. Gib mir den Flow. Da ist er. Jetzt haben wir den Flow hier. 12, 12. Uh. Okay, aber, Freunde, wir haben unsere Leiste voll. Jetzt geht's ab. Mit voller Leiste geht's ab. Okay, gib mir schneller die Bälle. Komm schon, ich brauche mehr Bälle. Gib sie mir. Den noch. 29, 23. Wow. Hartes Spiel hier. Hartes Spiel. Man muss... Okay, jetzt sind wir wieder gut. Das ist nice. Die Leiste ist richtig cool. Schaut euch das an, wie wir abgehen können. Wie schnell wir die Bälle werfen können. Jetzt müssen wir immer wieder warten, bis der Ball zurückkommt, hochspringt und wir ihn schnappen können. Der geht noch rein. Jawohl. 47, 35. Wir sind doch deutlich besser noch. Obwohl der Anfang nicht so frei war. Aber wir sind noch deutlich besser als der Computer. Oh, und bevor... Wir müssen ein bisschen weiter rüber spielen. Der Kopf bewegt sich. Oder wir bewegen uns, wie auch immer. Irgendetwas bewegt sich. Den noch, komm. Ach, Mist. Aber wir haben locker gewonnen. Ja. 64, 49. Easy peasy. Eine Goldmedaille in drei Minuten. Das heißt, wir können 369 ungefähr drei Goldmedaillen holen in diesem Part. Sehr. Bam. Gold. Für Deutschland. Level 2 Basketball. Nice. Sehr gut. Minispiel wird geladen. Was ist das denn? Ich meine, es sieht gar nicht so schlecht aus. Aber nicht jetzt. Danke. Okay, komm. Direkt nächste. Neun Goldmedaillen haben wir. 9-1-1 steht es für uns. Also, für Gold. Sag ich mal. Für uns. So. Wir spielen gegen Belgien. Und... Achso. Los geht's. Los geht's. Noch ist er gleich auf, ja? Aber nicht mehr lange. Nicht mehr lange, mein Freund. Wir machen dich platt. Spandido Gaming würde ich sowas von abziehen. Oh yeah. 15-12. Okay. Das geht ja noch. Das wird gleich nicht mehr so... Äh... Es wird gleich eindeutiger sein, würde ich sagen. Schnell. 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 Die Leiste. Jawohl. Oh Gott. Die Leiste ist so cool. 27. Äh... 27. Okay. Punkt Unterschied. Ich hab das Gefühl, der ist schon ein bisschen besser. Das ist ja davor. Ich kann mal ganz nur hoffen. Äh. Äh. Schnell. 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 Oh ja. Oh Gott. Das geht so ab, wenn die Leiste gefüllt ist. Meine Herren. Das geht ja so ab. Okay. Ab jetzt bewegt sich der Korb. Im Finale bewegt sich der Korb. Und das gesamte Finale gleich auch. Komm schon. Mehr Bälle. Nein. Der geht daneben. Auch daneben. Ah. Der Korb bewegt sich. Das wird doch rüber. Oh Gott. Ich hab so viele daneben. Aber es reicht trotzdem, oder? Oh ja. 62. Okay. Alles klar. Weg mit dir. Nächster. Gegen Japaner. Aha. Okay. Na, dann wollen wir mal. Und... Feuer. Vielleicht haben wir die Leiste, Leute. Und los geht's. Oh man, den ziehen wir so ab, wenn wir diese Leiste voll haben. Das ist echt der Knaller. Also das macht's eigentlich. Ich glaube, es könnte deutlich knapper sein, wenn wir diese Energieleiste da nicht hätten. Das geht schon gut ab, auf jeden Fall. Und da ist sie wieder. Bam, 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 bam. Und die war noch nicht mal, äh, ganz bis unten. Das war leider keine Zeit mehr. Aber so ziehen wir den halt richtig hart ab. Hart, hart, hart abgezogen. So. Drei Sekundenleiste. Äh. 54, 43. Und es ist noch ein Viertel. Und Feuer. Na, los geht's. Okay. Oh. Okay. Was war das denn? So, der Korb bewegt sich. Wir müssen ein bisschen mitzielen. Oh Gott. Wir laufen hier selbst ab. Oh, ich treffe nicht. Oh Gott. Was ist los? Oh, das war schlecht. Okay, das war richtig schlecht. Haben wir gewonnen? Yes. Okay, aber es war richtig schlecht. Ist egal, wir haben gewonnen. Was soll's? Ah, was soll's? Ich ziehe mal kurz anders hin. Ja, tut der Rücken weh. So. Okay. Level 3. Stufenaufstieg. Und wir bekommen... 5% Erhöhung der Wahrscheinlichkeitsanzeige. Ja, das tut uns gut. Sehr, sehr schön. Weiter geht's. Noch eine Runde. Komm. Eine Runde schaffen wir locker noch. Eine Goldmedaille ist hier noch drin, Leute. Gegen Sebastian. Sebastian. Hi. Ich mach dich fertig. Oh, er führt. Aber hallo. Okay, Sebastian. Du willst es wissen, ja? Ich glaub, wir waren noch nie im Rückstand. Kann das sein? Okay, boom. Na toll, jetzt haben wir die ganze Leiste vorberaten. Aber ist gleich wieder da. Das ist gut. Wir brauchen gut Zeit, wenn die Leiste voll ist. Jetzt komm. Jawohl. Jetzt geht's ab hier. Oh, wir sind gleich auf. Oho. Hammer. Der ist gut. Gefällt mir. Ich muss mich ja beinahe konzentrieren. Oh, jetzt hab ich mich da selbst abgeschossen. Okay, wir sind nur drei Punkte vorn. Letztes Viertel. Korb ist in Bewegung. Ich mach die Sache nicht einfach. Na komm, der Bälle. Los. Aber er trifft auch schlechter. Das ist gut. Hui. Hui. Das war ja schon eng. Sehr gut. Drei Punkte Unterschied nur. Da bin ich ja gespannt auf das Finale, wa? Gegen einen Amerikaner. Alles klar. Ich bin bereit. Was geht's? Ich knall mir ja nicht selbst mit den Bällen ab. Okay, das läuft, Leute. Das läuft. Wonderful. Zack, zack, zack. Okay, das Gute ist, dass wenn wir die Leiste voll haben, den Balken, und dann nur noch ein oder zwei Sekunden haben, dass sie sich nicht komplett auf Null gesettet, sondern dort stehen bleibt und wir die von dort aus wieder auffüllen können. Schaut euch das an, wie man da durchziehen kann, wenn die schnell kommen, die Bälle. Das ist so cool. Komm schon, schneller. Ich brauche mehr Bälle. Mehr Bälle. Jetzt sind wir im Flow. Jetzt geht's ab. Okay, das ist so cool. Und Viertel. Äh, letztes Viertel. Und Feuer. Komm, schneller. Ich brauche einen besseren Flow. Besseren Flow. Ich habe keinen Flow. Ah. Okay, das war's. Boom. Gold. Gold für Deutschland. Gold für Deutschland. Zack. Was, noch eins? Nee. Nee, nee, nee. Oh, okay. Nur kurz geleckt. Alles klar. Und bam. Level 4 erreicht. Grandios. Gut, Leute. Das war's für diesen Part. Wir haben 12 Goldmedaillen eingesackt in diesem ganzen Let's Play. Wir machen jetzt nochmal eine Runde Fußball. Also nicht jetzt, sondern im nächsten Part. Einer kommt noch. Machen wir nochmal eine Runde Fußball, weil das einfach am meisten Spaß gemacht hat. Dann sehen wir uns wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach. Schreibt mir einen Kommentar und abonniert den Kanal. Ansonsten sehen wir uns, wie gesagt, wieder im nächsten Part. Bis dann wünsche ich euch noch das Beste. Macht's gut, Freunde und ciao.